Mein lieber Joel, mein lieber Dominik, jetzt komme ich mit meinem Feedback zu unserem Retreat am vergangenen Wochenende. Es schwingt sehr bei mir nach. Ich habe das Retreat immer noch in allen Zellen, gerade eben, komme vom Berg und ich hätte es sonst nie gemacht, sitze mir ins Eck und meditiere, nachmittags um halb drei. Das hat mich so inspiriert, das war eigentlich so meine größte Inspiration wieder in den zwei Tagen, wie wichtig es ist, nach mir zu schauen, in meine Kraft zu kommen oder in der Kraft zu bleiben, vom Außen ins Innere kommen und mir diese Rückzugmöglichkeit der Meditation zu nehmen. Aber es gibt viele Punkte, die ich ganz, ganz, ganz positiv fand. Zu Beginn, die Location per se, die war, ich bin da ganz berührt, wie liebevoll gestaltet werden kann. Jede Ecke hatte was Besonderes und man hat das gespürt. Ich habe das so wahrnehmen können, wie viel Herz in diesem Gebäude, im Garten, in jedem Stein, in jeder Blume war. Und es war einfach der passende Rahmen für unser Zusammentreffen. Ein tiefes Vertrauen, für mich war das so großartig, wie sich alle geöffnet haben. Und ich durfte so viel lernen und mitnehmen. Was mir sehr gut gefallen hat, war unsere zwei Aufzeichnungen, die wir für uns selber machen konnten. Ich habe das zwar immer so im Kopf, aber wenn man es dann mal noch mal so aufmalt, wird einem doch, oder ich muss von mir sprechen, ist mir wieder ganz vieles bewusst geworden, was ich tatsächlich, wo ich tatsächlich stehe und was ich jetzt wirklich angehen möchte. Und das hat mir auch selber das zu tun, zu kreieren, die Bilder, sehr viel Freude bereitet. Was mir auch extrem gut getan hat, war diese Atemmeditation. Ich praktiziere es jetzt auch hier, wo ich bin, schon ganz regelmäßig und spüre, wie auch meine Zellen, wie diese Energie versorgt werden und wie ich noch munterer bin und aufgeweckt und energiegeladen. Und die Inspirationen, die durch das Entstehen, sind wahrscheinlich überhaupt nicht zu beschreiben, also wie wichtig dieses Atmen ist. Und deshalb war diese Meditation für mich ausgesprochen wichtig, weil es auch nochmal so ein neuer Aspekt für meine Handlungen, für meine Routine geworden ist. Ich spüre halt wirklich, wie frei ich bin, wenn im wahrsten Sinne des Wortes der Kopf frei gepustet wird und wenn die Zirbeldrüse echt arbeiten darf oder in Gang kommen darf, frei ist. Und diese pure Liebe, die ich da wieder erfahren habe in mir selber, das war so überwältigend für mich, so zum Wünschen, zum Festhalten, ein echt sensationelles Gefühl. Und mein Ansporn ist einfach, dieses Gefühl der Liebe zu praktizieren, weiter zu pflanzen, zu geben. Und ich erkenne halt, ich erkenne wirklich, das ist das Leben. Ich bin so motiviert, dass alles gut wird, dass schon alles gut ist und dass alles noch besser wird und dass es bei uns gut kommt. Das Retreat war auf ganz, ganz vielen Ebenen nur wertvoll. Also es hat gar keinen Aspekt gehabt, wo ich sagte, es hätte nicht sein müssen. Es war nur wertvoll, nur gewinnbringend, nur nach vorne kommend und sehr, sehr in die Zukunft gedacht. Vielen Dank für alles. Vielen Dank.